Herzlich Willkommen zu dieser weiteren Runde Der Offliner Oberon Kanker Halsmaul endlich Ähm, warte, wie war das Wort nochmal, nachdem ich suche? Ah, nein! So, was hat denn der Feindes dabei eigentlich? Ich bin ja auch ein bisschen auf der Suche nach ein paar neuen Uruks, ne? So, was haben wir hier? Wir haben mal den Skundernarr Ein Narrere So, schnappen wir uns die Schweine hier Alles klar Fast ausgenockt Gib ihm Heck, du Schwein Jetzt stirbst du Bye Ich glaube ich nicht Muss das sein? Nein, muss es nicht Das macht man auch einfach nicht Das ist äußerst unhygienisch Äußerst Scheiße Und vor allen Dingen Es ist ekelhaft und stinkt Verdammte Hacke So Einmal hier Einmal dort So 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 Ha Klappst auch, nur du Scheiße Auf uns mit der Stirn Kacke Das normal Das normal Jo Gute Teamarbeit Töten wir den Rest Oh, scheiße Was kommt denn da an? Hawk, der Todlose Geil Nehmen wir mit, oder? Ja, würde ich sagen Ah, hieß du Der Königsschlechter Schade, dass der so eine hohe So ein hohes Level hat Der Herzfresser Ist eher so Naja, so semi-mäßig Aber den Den nehmen wir Den hier nehmen wir mit Er steht denn da vorm Tor Coolen Blutkönig Geil Nehmen wir mit Hier Du schließt dich jetzt mir an Mach sie nieder Töte sie alle Scheißkerl Yo, was geht denn da drin ab? Scheiße, scheiße, scheiße Nein Oh, kacke Jetzt bin ich so blöd Wieso ich spawnisch in denen hier Du hast meine kurze Art Steh auf, Alter Du musst kämpfen Ich brauche meine Pfeile Damit ich meine Meine Waffe hier runterholen kann Aber runter hier Scheiße Der haut ab Der Schweineherte Bleib stehen Mein Arschloch Bleib stehen Du Schweinehut Oh ja Du kämpfst jetzt für mich Junge Der andere will den auch noch rumbringen Auf geht's Kannst dich grad mal nützlich machen Wir brauchen hier noch ein paar Kämpfer Je mehr Männer wir haben, desto besser Denn wir brauchen echt ein paar Weil wir haben einfach zu wenig Mach dich ab hier Jo, der andere ist grad hier In die brennende Teergrube reingefallen ZA Vorsicht, vor der Deckung So So, was haben wir denn hier? Tugok, der Donnerwanst Das ist der Unbewegte Na, der Blutkönig ist da draußen noch Steh auf und kämpf weiter Yo, voll Auch abgeknallt, sehr gut So Yo Yo, rasch aus der Grube Alter, was ging hier, was sind das für schlieren? Halte den Pferden von mir Gib ihm So Der Bandit Okay, okay, okay Best hacker Oh, verbrannt Scheiße Tut mir leid, ich hab hartes Sodbrennen Jo, läuft doch, oder? Oh, fuck, der Hinne Hä, Punkt verloren? Welchen Punkte haben wir denn verloren? Wir haben einen Punkt verloren Wie können wir einen Punkt verlieren? Fuck, gerade das Messer Okay Der wird jetzt reißen Ich sag's euch Der reißt es jetzt noch Der reißt jetzt noch das Ruder um Obwohl wir eigentlich schon gewonnen haben Ach, der Olock hat den Punkt geschnappt Interessant So So Nochmal geschnappt Bevor er hier abhauen konnte Ich glaub's geht los Weg hier Wieso ist denn der schon wieder benommen? Was geht denn hier ab? Nein, darfst du nicht Zack Der hat erstmal einen Tritt Volle Möhre in die Weichteile kassiert Sehr gut Okay Alles klar ihr Lieben Ich hoffe es hat euch gefallen Ich hoffe lasst ein Like Bewertung, Abo Und dann sehen wir uns Beim nächsten Mal Bis dahin Hau da rein Bleibt dabei Macht's gut Eure Levin Bis dann Ciao Bis dann Bis dann Bis dann bis dann Weiter absch checked